Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei LevisCard1210. Ich begrüße euch zu einem Unboxing. Heute kommen Wrestling-Fans unter euch auf ihre Kosten, denn heute packe ich aus WWE 2K Battlegrounds für Playstation 4. Ja, das Spiel ist letzten Freitag am 18. September herausgekommen, also noch relativ frisch. Und ich habe es mir von Müller für diesen Preis abzüglich 10% gesichert. Also für 27 Euro dieses geile Game. Es gibt das Spiel auch für Xbox One und für Nintendo Switch. Wie ihr wisst, bringt ja 2K jedes Jahr ein Wrestling-Spiel raus. Und diesmal haben die gedacht, machen wir mal ein Jahr Pause und bringen statt 2K21 Battlegrounds raus. Ein witziges, comic-haftes Wrestling-Spiel, das sehr an WWE All-Stars erinnert. Das ja vor ein paar Jahren für PS3, 360, Wii, 3DS, PSP herausgekommen ist. Das ist sozusagen so eine Fortsetzung zu diesem Spiel. Auf dem Cover sehen wir hier diverse Wrestler, zum Beispiel Stormcoe Steve Austin. Der wird sich gleich battlen mit The Rock. Undertaker ist im Hintergrund. John Cena sehe ich da und diverse andere coole Wrestler. Ja, includes Edge Totally Awesome Vorbesteller-Pack ist dabei. Ich habe es zwar nicht vorbestellt, aber scheint wohl bei jeder Day-1-Edition dabei zu sein. Das Ganze kommt von 2K. Und wie gesagt, dieses Jahr müssen wir auf 2K21 verzichten, auf dieses realitätsnahe Wrestling. Dafür bekommen wir halt dieses Comic-Hafte. So, dann schauen wir uns mal die Rückseite an. Oh, so viele Beschreibungen. Wow, wow, wow. Okay. Bro Without Limits. Schick deine Lieblings-WWE-Superstars und Legenden in den Kampf und entfessle hemmungsloses, durchgeknalltes und schonungsloses Chaos. Vollbringe übertriebene Moves und nutze deine Spezialfähigkeiten, um deine Gegner im Multiplayer-Chaos in interaktiven Umgebungen zu zerstören. Kämpfe mit deinen Freunden online oder auf der Couch. Hm, Couch-Potatoes. Ja, das ist was für euch. Tritt in Online-Turnieren an, Multiplayer-Radau garantiert. Oder beweise deinen Anspruch als König des Battlegrounds gegen Spieler aus der ganzen Welt oder wirf dich ins lokale Multiplayer-Geschehen und zeig es deinen Freunden. So, dann jede Menge Match-Modi. Ja, beweise dich in einer großen Auswahl deiner Lieblings-Match-Modi und witzigen neuen Twists. Darunter Steel Cage, Royal Rumble, Fatal 4 Away und der brandneue Battlegrounds-Challenge. Interessant. So, Kämpfe auf der ganzen Welt. Spiele einen brandneuen Story-Modus mit Paul Heyman und Stone Cold Steve Austin, der durch Comics erzählt wird und hilft dabei, die nächste WWE Superstars zu finden. Kämpfe mit einzigartigen, schillernden neuen Charakteren gegen altbewährte WWE Superstars. Um deinen Kampfgeist und deine Fähigkeiten zu beweisen, während du neue Charaktere und Battlegrounds freischaltest. Ja, Battlegrounds sind ja wohl diese, ja, Arenen, würde ich mal sagen. Hm. Oh, ich finde hier dieses Ding und dieses Logo auch ziemlich nice. So, da sehen wir, der John Cena wird gleich mit Roman Reigns, müsste das sein, sich gleich kloppen. Und dann haben wir hier 619, Rey Mysterio. Und wir können unseren eigenen Schlumpf bilden. Nein, das ist natürlich ein Wrestler oder Avatar. Nein. Ähm, und hier sehen wir, der gute Sergeant Slaughter liegt auf dem Boden, während auf ihn gleich, das müsste Edge sein oder Triple H. Kann ich jetzt nicht so erkennen. Könnt ihr das erkennen? Ist das Triple H oder Edge? Naja, egal. Auf jeden Fall ein Typ mit Pferdeschwanz. So, 1-4 Spieler können sich battlen, online 2-8 Spieler. Das Ganze braucht nur 8 GB auf eurer Platte. Das ist wenig. Duashock, viel Vibrationsfunktion, die ganzen HD-Video-Formate und Playstation Remote Play wird unterstützt. So, Freunde. Ähm, Text ist in Deutsch, Stimmen sind auf Amerikanisch und Handbuch ist nochmal auf Deutsch. Also, mein Bro, der bekommt dieses Spiel auch und der wird das bestimmt suchten. Der ist richtig heiß drauf. Der liebt ja diese WWE 2K-Spiele. Und ich werde sicher auch zocken. Ja. Dann machen wir es mal auf. Ah, den Sticker, den hätten sie auch woanders hin kleben können. Das verdeckt hier. Das schöne Cover. Und das Flatschen. Naja. Ich meine, diese Pause wird der WWE 2K-Reihe mit dem realen Wrestling guttun. Denn die müssen sich mal sammeln und ein bisschen weniger Microtransaction sowas reintun, und wieder sich auf das Grundprinzip der alten Wrestling-Spiele konzentrieren. Und dann wird es dann wieder was. Boah. Boah, das ist aber eng. Komm. Zack. Ähm. Da jetzt Edge da drin ist, werde ich jetzt erstmal gucken. Ist das dann Code? Ja. Da haben wir den guten Edge. Ah, es riecht wunderbar. Es riecht frisch nach Playstation 4-Duft. Da drin ist hier Supercard Season 6. Falls ihr das braucht, könnt ihr den scannen. Ich brauche den Code nicht. Vielleicht kann man es so scannen, weiß ich nicht. Äh, diesen QR-Code. John Cena. Und den Code, den ich aber brauche, ist dieser hier. Den werde ich jetzt nicht zeigen. Das ist Edge Totally Awesome Vorbesteller Pack Battlegrounds. Ja. Das ist der gute Edge. Ich mag Edge. Rated R Superstar. Seine Musik ist rockig. Er mit seinem Mantel und er ist einfach eine coole Socke. Der gute Edge. Ich mag ihn total gerne. Und dahinter ist halt der Code, den man runterladen kann. Denn der Gutschein Code, Freunde, ist nur ein Jahr gültig nach erscheinen des Spieles. Falls ihr Edge auch haben möchtet, würde ich jetzt nicht über ein Jahr warten, um das Spiel zu holen. Ansonsten verfällt der, so wie es aussieht. Na ja, den werde ich natürlich sofort einlösen und diesen guten kanadischen Wrestler sichern. Ja, es ist mal was Erfrischend anderes. Hier haben wir übrigens die Blu-Ray. So sieht die aus. Schön wäre es gewesen, wenn man einen Wendecover drauf reingepackt hätte, statt hier irgendwelche Informationen reinzuknallen. Na ja, also wie gesagt, ich freue mich auf dieses Spiel. Ist richtig witzig und sieht auch richtig gut aus grafisch. Ich habe mir ein paar Gameplays angeschaut. Und vielleicht werde ich dazu auch ein paar Level-Zock-Videos machen, falls ihr Bock habt. Das wird ziemlich witzig. Wir sehen uns nochmal das schöne Cover an. Vielleicht entdecken wir ein Detail. Ja, hier ist so ein Hubschrauber hinten. Und hier die mit den Tröten. Oh, guck mal, das sind richtig Kult-Wrestler. Seht ihr? Zwei Großkolosse treten gegeneinander an. Nice! Ich freue mich auf dieses Spiel. Auf jeden Fall. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Ich sage bis demnächst. Bye-bye. Bye-bye.